Ich bin Uli Kronenberg und ich bin hier in Lüneburg. Seit 2006 wird hier die Serie Rote Rosen gedreht. In diesem Video will ich euch ein paar Drehorte zeigen. In Lüneburg und außerhalb von Lüneburg. Mehr gedacht für Leute, die die Serie mögen, aber noch nicht in Lüneburg gewesen sind. Anfangen muss man im Stadtzentrum am Hotel Bergströmen. Das Hotel ist nämlich bei Rote Rosen das Hotel Drei Könige. Gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite befindet sich dieser Kiosk. In der letzten Staffel war das der Kiosk von Lasse. Nur wenige Schritte vom Eingang zum Hotel Bergström entfernt liegt der Eingang zu diesem Restaurant. Marina Café. Rote Rosenfreunde kennen es als Karlas. Das Marina Café gehört übrigens zum Hotel Bergström. Geht man ein Stückchen weiter die Straße runter sieht man das Weinkontor. Es gehört ebenfalls zum Hotel Komplex. Auch hier wurden schon einige Szenen für Rote Rosen gedreht. Schaut man diese Straße lang sieht man im Hintergrund den Drehort für Bio Mertens und rechts. Das war bei Rote Rosen Veras Laden. Der Hafen ist ein beliebter Drehort. Sei es der Biergarten, die Häuserzeile am Stint oder die Brücke neben dem Kran. Seit der ersten Folge als Drehort mit dabei ist das Rosenhaus. Das Haus liegt allerdings nicht in der Lüneburger Innenstadt. Knapp zwei Kilometer Luftlinie vom Rosenhaus entfernt befindet sich das Castaner Hotel. Knapp zwei Kilometer Luftlinie vom Kraner. 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 Das ist das Hotel Astania. Einige Staffeln zuvor haben Gunter Flickenschild und Merle das Hotel schon einmal zusammen bewirtschaftet. In der aktuellen Staffel ist Milica der Hotelchef. Will man das Gut Flickenschild, den Wohnort von Gunter Flickenschild, sehen, muss man über Neze nach Süddorf fahren. Das ist etwa 15 Kilometer von Adenau noch einmal entfernt. Hier steht der Krusenhof. Von Anfang an ist das Wut Flickenschild bei Rote Rosen. Hier auf dem Gut war übrigens auch der Drehort für Veras Laden der zweite. und von Bens Wohnung in der letzten Staffel. Das war es dann auch schon aus Lüneburg. Ich hoffe es hat Spaß gemacht. In diesem Sinne. Tschüß! Danke. Tschüß! Untertitelung des ZDF, 2020